Hey, hey, hey liebe Leute, ja, heute macht kein Minecraft mit Ming oder Sven, nein, heute Battlefield und nicht das normale Battlefield, sondern Battlefield Hardline, die Beta-Version, wie man es da oben links sieht und ich habe jetzt die ersten zwei Spiele gespielt, ja, war ein bisschen fail, weil ich einfach so scheiße war und ja, ich will jetzt eigentlich nicht ganz so viel, aber nicht, erkläre ich nach den Klassenoperator, das ist der Medic, Mechanic, Engineer, also der Reparierer-Dingens, Mechaniker, Enforcer ist der, ja, der Mushing-Gunner, da mit der fetten Waffe und der Professional ist das Neiber und los geht schon, ich hock mich da rein, okay, ich hock, ja, bisschen, fuck, fuck, doch, ah, okay, ich hab die Konsole auf dem, fuck, äh, gehen die zu, okay, so, jetzt hab's, so, was nehme ich denn, ich will Motorrad, ich will Motorrad, ich will Motorrad, Das�� zu substritten, ich glaube, er will das genau sarbeiten nur w cidade. Genau was das für wirklich ist, des ä Shh uvah von ihrem Alltag gegen den in den West dieses wie sie 그건 komplett peeliger graz zulassen jedoch auch schnuppe also wir haben dort da hat es bei der Tat so ein bisschen ich hab die Story auch aber ich kenne mich da jetzt gar nicht aus und das ist ein ich glaube es suchen und zerstören am Ende vom Spiel werde ich da nicht ein bisschen mein Prozent dazu beitragen, was ich gut finde, was nicht so oh, H&MG okay, okay also bei den Explosionen da fängt schon ein bisschen ruckeln an, wenn es explodiert und Tag, einen Kill oh, nein ja, das ist natürlich klar, dass das MGG-Schütz hier ja, mich nicht in Ruhe lässt egal äh, wo spawn ich denn, wo spawn ich denn ähm Operator, Bustman, ich ne, ich hab Bock auf Professionals Adapter Command, Command, Squad Interceptor äh, wo zur Seite gibt's nicht egal ähm zack also, man kann hier schon relativ so wie ich finde kurzkopf wäre das never one hit es ist wie in jedem anderen Battlefield also, zumindest in Battlefield 3 und 4 2-Hit solange man nicht auf den Kopf trifft hier die Sirene und NAAAN ha ha ha, roadkill ha ha ha, roadkill uuuuhoooo huuhoooo no scope ha 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 oh fuck ha 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 quickscope, meine Freunde, das war ein quickscope eh, einmal roadkill, no scope, quickscope Geile Runde. Das macht Spaß. Da spiele ich gleich weiter. Die Klasse bringt mir Glück. Jetzt auf dem Motorrad... Also die Fahrphysik vom Motorrad ist jetzt nicht so toll, finde ich. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber naja, das ist ja auch kein Need for Speed oder Forza oder was weiß ich. Das ist ein Battlefield-Kriegspiel und deswegen ist das eigentlich nicht so schlimm. Wow, 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 wow. Ich sehe das dagegen oder ich höre es zumindest. Ich glaube, ich bin am Gegnersmor und es tut mir leid, wenn es ein bisschen rückt. Aber Fraps belastet meinen PC-Shop ein bisschen. Ah, na, meine Nase, meine Nase, meine Nase. Also ich gehe mal auf die Brücke rauf und versuche hier jemanden zu snipen. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ich das schaffen würde. Oh, ja. Wow, junge, junge, junge. Scheiße. Ach, ich hasse da so eine Schalddämpfer zu spielen, aber... Äh, ist die Runde schon weg? Nein. Äh, das waren aber nur 5 Minuten, oder? 4 Kills, 2 Dubs, 2 AKD ist okay für die 3. Runde. Äh, wisst ihr was? Ich spiele jetzt noch mit Schieren, weil das kann es doch nicht gewesen sein. Ich glaube, das waren 5 Minuten oder so. Ja. Äh, ich glaube, ich spiele jetzt mal die Rowdies, die Böserwichte. Oh, ja, ich glaube, ich war der Beste von den Kills her. Ah, da muss ich ja wieder 5 haben oder die 2. Naja, macht nichts. Jetzt habe ich wieder 50 FPS, so sollte es eigentlich das ganze Spiel langlaufen. 60, ja, so. Kannst du bleiben und wir laufen. Also, spiele. Ich weiß nicht, ich glaube, ich belasse das bei einem Video. Battlefield, weil mehr will ich eigentlich natürlich jetzt auch nicht machen. Das ist halt so ein kleiner Einblick, wie das Spiel so läuft, wie es ist, wie ich es finde. Ja, sage ich euch danach. Nach der Runde und so. Hier ein kleiner Lärmingskrieg. Also, ich bin mir sehr schön gemacht. So ein Nachrichten-Wallpaper-Dingen-Style. So News und so. Also, sehr schön gemacht, wie ich finde. Grafik ist okay. Oh, ja, ich spiele jetzt auf Mittel. Auf Ultra ist sie okay, sage ich mal. Könnte besser sein, aber naja. Ja, okay, also ich habe einen komischen Geschmacksstil, was die Grafik anbelangt. Ich nehme Professional. Ne, ich nehme jetzt Operator wieder. Was die Grafik anbelangt. Also, ja, wahrscheinlich werden mir sehr viele entgegensprechen, wenn ich sage, ob die Grafik anbelangt ist. Aber, ja. Kann ich da nicht einsteigen? Hallo. Okay, ich will aber einsteigen. Äh, haben die... Ah, da vorne ist ein Tiosus, oder? Keine Ahnung. Ich laufe mal eine Runde. Ich glaube, ich muss platzieren. Das habe ich... Okay, jetzt verteidigen. Zack. Headshot-Bonus. Näh. 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 Wieso haben die Bullen RPG... Das kotzt mich an. Näh. Niktsko. Oha. Nischo. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hm. Streetbike. Cool. Ey, ich kann ihn wirklich machen. Geil. So, nee. Ich hoffe, ich habe ihn promotet. Ja, schon wieder. Nein, es gefällt mir. Okay. Das macht Spaß, Heng. Oh. Chill mal. Schaut, dass man gar nicht... Ja, chill, 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 chill. What? Haha, Streetbike. Wie geil ist das? Sehr geil. Sehr geil. Okay, wo bist du denn? Bist du denn? Okay, jetzt. Hm? das ist nicht ich glaube das sind klein aber fein ähm weckte wort wirklich sehr gut da gibsch wieder Explosion Neeeeee oh scheiß Hackenschützer Mann die Runde hat so gut begonnen na ok geht halt so äh äh chill da bleibt stehen der hat sein Spaß am wort spielen haha eine mingst Oh, okay. Special Event! Äh. Es war hell. Mein Beileid-Rap-Zombie. So, was ich jetzt will ist... Genau. Nee, ich... Okay, ich werde gleich so... Ich bin genutzt von hinten oder so. Scha... Nein! Nein. Nein. Das mein Name ist glatt. Boah, ich bin ein Unikat. Sehr schön, sehr schön. That's small. Scheiß Auto. Fahrrad. Mann. Ja, und der Nächste ist tot. Ich bin in ein Package. Get into the Drop-off. Excuse me, what are you doing? Ich habe irgendwie so eine Gurke. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Äh. Wie so tot, wie so eine Tomate, ey. Ja. Äh. Customize. Hab wieder Bock auf Sniper, der macht... Okay. 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 Tschüss. Granating. Ich mach jetzt mal so einen Quickscope. Like. Da, fuck. Beweg dich doch nicht. Ah. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Musste ich denn jetzt hin? Ah, hier, Escape. Okay. Ah, schade. Den wollte ich mir holen, aber... Ah, jetzt ist es schon wieder bald vor Ende, also die Runden sind schon mal definitiv zu kurz, finde ich. Ah, komm, raus. Ich will jetzt mindestens... Ah, Kill Assists, ich bin hier. 100%igen, alleinigen Kill. Ne? Ey, ich will ein Kill noch, hallo. Da, da wird geschossen. Okay, 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 okay. Steal, der Backage wird gemacht, Boss. Welch, wer auch immer du bist. Oh, komm, 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 komm. Sehr schön. eingepackt ah eh GurkenAim GurkenAim ah komm nice Nein ich will kein Killassist Ah schon wieder Nein Mann das ist so gammlig oh ich ich irgendwie der Ziel ist nicht auf dem Kopf Joop ah 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 komm Streetbike St Start Scheiße Komm gib Gas Boah Das lag Das lag Scheiße Rechts 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 Jo Oh Wo muss ich Wo muss ich hin Hallo Ich glaube andere Seite Oh Reicht Oh 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 wer bist denn Ah Ah Dachte schon das Gegner Dem ist wohl nicht zu Rob Zombie Ich habe Nein Nein Du bist mein Da hat diese Scheiß-Taste Du Scheiße Geht auch weg Die blockiert mich so Wenn ich links ziele dann Ah da gibt mir einfach so einen Hitter auf den Kopf Ist ok Ist ok Komm Spawn Rich Nigger So Quickscope euch weg Guys are going down Ich bin der Quickscope-Bowse Alter 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 Ja Wahrscheinlich Du bist so super Big Man Du bist soo Gut Ah Ich kotze mich grad ein bisschen an dass die Scheiße wieder lag Ah Ah Mein Blut Äh Herzfrequenz So kurz Äh Piss dich Scheiß Glas alter Näh 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 Ok 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 Du willst das Ihr wollt das auf die harte Tour Ok Ist ok Ist ok Ist ok Ist ok Ist ok Kann ich verstehen Hm Hey Das kann's doch nicht sein Das kann's doch nicht sein Ja ich spawn und und schon wirst von der Seite gekillt Ich fühle mich langsam wie ein COD Komm mach weiter hier Was 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 soll denn das Geh mir Geht mir doch nicht auf den Sack Äh Vor Vor fünf Minuten war es noch Freude Die ich empfand Für das Spiel ne Vor fünf Minuten Aber jetzt Naja Jetzt steigt mein Bild hoch Jetzt steigt mein Bild hoch Ein bisschen Oh Dann den schönen Sack Weihnachtsmann Ah Junge Mach es bitte Mach es doch nichts Danke schön Danke schön Das war nicht so War nicht sehr nett Oh ja Ein Kill Und schon wird man von der Seite Wetter gekillt Ey Das ist Ich erinnere mich sehr an COD Das Ja Das erinnere mich an COD Und ich bin fünf neuner vor Weil ich Davor die Runde Die war besser Also die Cops Die stehen mir besser Und Das ist Manchester Und Jetzt werde ich mein Dingens dazu geben Boah Warte Ich muss es warte mal Ich muss es jetzt ein bisschen Wann He 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 Okay Mein Fazit Ähm Ich würde jetzt gerne mal irgendwie Das Spiel Irgendwie bien Aber dann endet sich Fraps auch Naja Also mein Fazit Das Spiel Ist Irgendwie kein Battlefield mehr Und das Das rastet hier komplett aus Ähm Okay Ja Also das Spiel ist kein Battlefield mehr Aber Das ist jetzt nicht im negativen Sinne gemeint Spiel ist Nicht schlecht aber Battlefield Der Name ist eigentlich meiner Meinung nur So dass es Namen hat Dass es irgendwie Hey schau mal Neues Battlefield kommt raus Boah geil Neues Battlefield Und Jaja Es ist eigentlich Schon irgendwie Wie im Battlefield Teil gemacht Ich lass das jetzt einfach Ein bisschen Laden Das ist jetzt schon im Battlefield Teil gemacht aber Naja Battlefield schon eher Panzer Dann Harry Jets Heelys Ja Hier gibt's auch Helis aber Ja meinst ich Die Kampffilis hier Und Es ist ja Ja Battlefield wie schon gesagt Es ist Irgendwie Kein Battlefield mehr Es ist ein Schlachtfeld Weil Also das Battlefield Ist hier irgendwie so Hat sich auf Russen gegen Ami Verzogen Und so Oder halt Genies Keine Ahnung Ja das ist für mich Battlefield das zwar nicht mehr Aber Dennoch ist das ein Super Game Macht Spaß Auf jeden Fall Adrenalin steigt Wie bei mir zum Beispiel Herzschlag steigt auch Manchmal Äh Ja also ich find's Eigentlich Ganz gut Ganz akzeptabel Der wahnsinnige Pirna ist es jetzt nicht Aber es ist Es hat schon was doch Also für jeder Für alle Fans Der Belly Bereich wird's Ich würd's kaufen Also es macht auf jeden Fall Äh Es macht auf jeden Fall Spaß das zu zocken Oh Ja Autos sind's Naja also auf der Map Ich hab jetzt nur die Map die zockt Also ist mein Fazit jetzt nicht allzu Ich kann jetzt nicht allzu viel Über das Game sagen Aber ich Ich zähle jetzt mal die Erfahrungspunkte Zusammen die ich hier gesammelt habe Und ja Auf gut Deutsch Kurzfassung Autos sind okay Es sind keine Panzer Äh Ja okay Die Panzer der Fahrzeuge vielleicht Keine Kampfhales Es ist kein Battlefield mehr Es ist ein neuer cooler Shooter Namens Hardline Battlefield können wir wegstreichen Hardline bleibt stehen Super Shooter Schönes Polizei gegen Diebe Game Und ja Grafik Sound Sound auf jeden Fall Ist sehr gut Also Grafik kann ich jetzt nicht so einschätzen Weil ich auch Mittel gespielt habe Ähm Ja Kauf ist wert Also wenn ich eine Punkteverteilung hätte Würde ich dem Spiel Also die Die Beta Version Man muss jetzt auch sagen Es ist die Beta Also für die Beta würde ich Der 7 No 7 von 10 Punkten geben Äh Bugs habe ich eigentlich keiner gefunden Muss ich sagen Also das schon mal Respekt bei der Beta Version Also Bei mir keine Bugs Und ja das war es eigentlich von mir Und ich bedanke mich wieder einmal Für dein Für euer Zusehen Und Ja Auf jeden Fall Was mir halt immer sehr sehr wichtig ist Ist Ja Ihr wisst hoffentlich Die Leute die meinen Mein Core auf Let's Plays gesehen haben Ah und Ah ja Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche bei Sven Wird sich einer bei den nächsten Let's Plays Äh Ja Äh Jetzt habe ich es vergessen was ich sagen wollte Scheiße genau Jetzt weiß ich Also Kritik ist immer wünscht Ist sogar Ich will es sogar Sogar Kritik Also es besser nicht wenn du Kritik schreiben würdest Egal ob Like, Dislike, Schleich gut Aber es sollte halt schon eine objektive und sinnvolle Kritik sein Nicht so wie zum Beispiel du bescheißer Und Äh Seine Videos sind kacke Und ja es sollte schon Grund auch da sein Und wenn du Likes ja wäre auch schön Und wenn du Likes Und sonst halt nicht Ist egal Naja Vielen 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 herzlichen Dank fürs Zusehen Ich bin raus und man sieht sich bei der ein oder anderen Minecraft Let's Play Folge Hier Ciao